das war ja mal nicht der hahn auch gut so raus aus den federn noch mal ganz offiziell vincent hat heute geburtstag ok moment mal es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet es regnet da haben wir heute aber viel zu tun nein jetzt muss ich mich aber echt beeilen so ich muss mir um die tieren kümmern ihr bleibt drin ihr wollt das sowieso nicht raus einsammeln ach jetzt habe ich nicht darauf geachtet wie viel dieses komische dingstag gekostet hat dieses diese komische mayonaise da die wir da hatten auch schade ja okay ist dann ebenso wir kriegen schon wieder was und dann denke ich vielleicht haben und dann kann ich nachschauen so das da und da noch so halt häschen häschen liebhaben ja das tuch lasse ich mal ich habe keine zeit ich muss mich da war noch der stall offen ich muss mich um andere sachen kümmern okay das schweinchen auch noch mal liebhaben so und jetzt milch ich wollte gerade sagen milch ernten das ist ja auch nicht okay letztendlich ist es aber auch gar nicht verkehrt aber man sagt das bei tieren nicht milch milch ernten kühe melken so auch jeder recht schnell heute kaum gesagt schon widerspruch geerntet so okay einmal weg und also habe ich kein sein so dann milch einfüllen und 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 da war noch milch nein dass das okay so ihr bleibt im stall es regnet nämlich da wollte er sicherlich nicht raus ins gewächshaus gehe ich jetzt nicht auf dem feld lasse ich auch alles wie es ist habe ich da genug köder ja jede menge so jetzt brauche ich noch die schleuder wo habe ich die denn meint da nicht da muss sie da drin sein aber guck mal ich habe sogar zwei maus das links schaut das links schaut nicht dann kriegt er die kleine er ist ja auch noch ein kleiner junge da braucht dann auch nicht so viel da habe ich heute abend noch zeit ja komm ich jetzt alles weg hier dass ich noch was anpflanze wenn ich dann ist auch gut dass da aber noch eine milch übrig ja weg damit jetzt okay so auf das pferd die früchte lasse ich jetzt auch am baum ich habe keine zeit ich muss angeln kann die heute abend noch moment da mache ich jetzt mal hier das tor zu so viel zeit muss noch sein wo muss ich jetzt hin zum fluss ok aber jetzt erstmal zu vincent der könnte zu hause sein oder in der bibliothek oder im museum oder wie das heißt die bibliothek ist es ja auch genau die haben da ja beides oder auf dem weg dorthin noch sehe ich ihn nicht ok sogar mit gewitter was für ein gewitter ne und das war da oben so vincent ist hier nicht ok dann ist er vielleicht zu hause ich glaube ich weiß wo er wohnt ganz sicher bin ich mir da nicht müsste ich hier vorne sein da komme ich jetzt mit dem pferd wieder nicht durch ja da ist ja gar niemand hier auf der straße unterwegs ja kein wunder bei dem regen so also entweder da oder im nächsten haus ich gucke mal eben nach ich glaube ich bin jetzt da emilent hayley vincent hä wo wohnt vincent auch da nicht moment jetzt muss ich erst mal wissen wo vincent wohnt ne da nicht ne das ist ja das museum der schmied ne bürgermeister auch nicht ne 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 nicht ne 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 Ich probiere es mal aus. Ich muss da jetzt mal hin. Ist ja gleich hier um die Ecke. Mal schauen, ob ich da mit wenigstens recht habe. Also Yas wohnt auf jeden Fall hier. Yas, okay. Das ist Yas Zimmer. Da, wo der Ball liegt. Da wohnt er vielleicht aber Vincent schon an dem Fernseher? In dem Alter? Shane. Ach, guck mal, Shane. Ah, der wohnt da. Okay. Gut. Ja, dann weiß ich aber immer noch nicht, wo Vincent wohnt. Vincent, du hast doch heute Geburtstag. Vincent, das kann doch nicht sein. Wo wohnt Vincent? Schmied. Nee, 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 nee. Pierre. Karen, Abigail. Ja. Jodie, Kent und Sam. Emily und Hayley. Ach, das ist doch unglaublich. Nee, nee, nee. Da nicht. Da auch nicht. Oder doch? Pierre. Nee. Ähm. Ich schaue mal hier hin. Da, nee. Da hinten. Ich weiß nicht, ob der Gast Kinder hat. Sieht nicht so aus. Äh, wir haben ja auch neu, irgendwie. Also irgendwo muss dieser, dieser Vincent doch wohnen. Der braucht doch auch... Ach so, ja. Hm. Der braucht doch auch Eltern. Der wohnt doch irgendwo. Ähm, aber nicht im Supermarkt. Moment, ich muss weiter nach unten. Komme ich da durch? Vielleicht ist er ja jetzt da in der Bücherei. Mann, ich habe so ein schönes Geschenk für dich und jetzt bist du nicht da. Äh, nein. Wo ist der denn? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch fast alle Häuser durch. Wohnt der beim Bürgermeister? Nee, das glaube ich nicht. Der Bürgermeister wohnt doch alleine. Ja, guten Abend, aber... Äh, nutzt mir nix. Ich muss Vincent finden. Und angeln wollte ich auch noch. Aber ich verschiebe lieber das... Äh, verschiebe lieber das Angeln. Hier? Nee. Da oben, da ist einer, aber... Nee, das ist er natürlich auch nicht. Ich verstehe jetzt nicht. Wo wohnt denn der gute Vincent? Ich bin mir sicher, dass der da irgendwo wohnt. Da, in einem dieser beiden Häuser. Aber dann würde das doch dran stehen. Auf der Karte doch. So, nee, aber da... Nee. Da wohnt er nicht. Da ist ja auch gar kein Platz für ihn. Da ist er doch, hier, der Vincent. Da wohnt er doch. Guck mal, Vincent. Ähm, Jodie, du musst mal eben, äh, wegschauen. Vincent, ich hab hier was für dich. I wanna look for bugs, but mom get mad when I'm all dirty. Ja, die soll sich nicht so anstellen. It's a... Don't do it. Ach. Ja, komm, jetzt kriegst du eine Schleuder, dann kannst du aus dem Fenster schießen. Ähm, kann ich ihm die schenken jetzt? Ach, die kann ich ihm gar nicht schenken. Okay, ah, das geht gar nicht. Ach, schade. Na gut, dann schenke ich ihm ein Eis. Okay, das mag er. Ach, schade, dass ich ihm die Schleuder nicht schenken kann. Na gut, geht eben nicht. So, dann bin ich ihm mal das Geschenk losgeworden. Das war zwar jetzt ein anderes, aber egal. So, jetzt kann ich... Jetzt kann ich andern. Ähm, im Fluss. Bei Regen. Los, an und ins Wasser. Kein Fisch. So, den restlichen... Hm, ich glaube, das war der falsche. Der falsche Knopf. Na, Maus. Den restlichen Tag muss ich jetzt angeln, um diesen Fisch zu erwischen. Hallo? Los, beiß an. War vorhin doch die richtige Taste. Jetzt will keiner mehr beißen. Doch, jetzt. Okay, der Haken hält. Naja, das ist kein besonders wilder Fisch. Und, was haben wir denn da? Small Moth Bars. Ja, okay. Ach, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was das auf Deutsch heißt. Also, ich habe schon mal nachgeguckt, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben oder gemerkt oder so. Ich habe so das Gefühl, dass ich das auch nicht machen werde. So, noch ein Biss. Hm, na? Ah, noch einer. Ähm, okay. Fluss. Ich angle mal da oben im Waldfluss. Äh, im Gebirgsfluss. Vielleicht erwische ich da was. Soweit ich weiß, ist es egal, wo ich der zu angeln versuche. Aber, ah, da komme ich so nicht mit dem Pferd hin. Ich versuche es mal hier. Ähm, ja. Ein bisschen weiter darf ich schon ausholen. Aha. Mhm. Das ist eine etwas andere Charakteristik, habe ich das Gefühl. Oh. Shad, okay. War nicht der, den ich haben will? Ich versuche es nochmal. Und dann nochmal weiter oben. Ich werde den schon erwischen. Wenn ich heute dann ein andermal. Hm. Oh, das ist auf jeden Fall ein anderer. Dream, okay. Ah, das Pferd lasse ich mal eben stehen. Ich kann ja einfach mal so am Fluss entlang gehen. Aha, da geht es nicht weiter. Okay, ich versuche es mal hier. Das war wohl zu weit. So. Mitten in den Fluss hinein. Oh, das ging aber schnell. Oh, 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 oh. Na, na. Ach, nö. Na gut, nochmal. Das könnte gewesen sein. Der hat sich gleich, der hat sich gleich losgerissen da von der Angel. Äh, vom, ja, vom Haken von der Angel ist er in dem Fall das Gleiche. So, jetzt aber. Ja, das ist er wieder. Ah. Ja, komm. Los, bleib bloß dran. Nein. Ach, komm, ich hatte ihn doch schon fast. Ja, jetzt aber. Ah, okay. Ist er das? Catfish. Ja, es ist der Catfish. Ich kann es kaum lesen, weil es so weit am Bildschirm oben ist. Aber ich habe ihn. Ja, ich habe den Catfish. Oh, cool. So. Jetzt hole ich mal das Pferdchen und dann. Äh. Okay. Ach, ihr habt den Catfish. Ach, endlich. So. Oh, brr. Im Bergsee, im Bergsee, im Regen. Ja. Diesen legendären Fisch. Also, soweit ich weiß, kann man den erst dann angeln. Wenn man alle anderen legendären Fische auch hat. So, ist es. Ja. Ja. Riverfish. Catfish. So. Ja. Ich habe das fertig. Oh, schön. Jetzt kann ich das auch abstalten hier. Ähm. So. Glittering Bowler removed. Achso, ja. Aber jetzt noch nicht. Da muss ich erst noch einen anderen Fisch haben. Ähm. Was war das für einer? Moment. Ich muss mal eben nachschauen. Ähm. Kann ich das hier auch? Doch, hier den da. Ach, den Stöber. Ja, genau. Ähm. Den kann ich aber. Stöber. Im Sommer. Im See. Ach, und im Winter auch. Zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Da muss ich ganz früh zum See hin. Oh. Ja, da bleibt nicht viel Zeit. Da muss ich gleich hin. See. Aber was für ein See? Ist das egal, was für einer? Da muss ich nochmal schauen. Okay, ähm. Zurück. Ähm. Was kriegen wir jetzt hier? Ach, Köder. Ach, toll. Äh. Na gut, ich mein. Besser als gar nichts, aber. Ähm. Da hätte ich mir auch was Schöneres vorstellen können. Ach, Köder. Na gut. Also nochmal hoch zum Bergsee. Ähm. Da versuche ich mal den legendären Fisch. Aber, ähm. Ähm. Das wird nichts werden. Aber vielleicht beißt er wenigstens. Das war doch da vorne an der Südspitze irgendwo. Irgendwie da noch weiter. Ach nee, Moment. Da. Ich muss auf diese Insel da. Richtig. Da bei diesem Baumstamm. Okay. Wie komme ich denn da hin? Ach, von da unten. Okay. Halt. Da lang. Okay. Das Pferd muss da bleiben. So. Was habe ich denn da für ein Geschick im Angeln? Ähm. Angeln. Neun. Oh. Neun schon. Okay. Das wird nicht reichen. Aber egal. Ne. Ich probiere es aus. Da muss ich wahrscheinlich wieder so eine Suppe essen oder sowas. Ob er denn überhaupt beißt. Ob er denn da ist. Jetzt hat was gewissen. Ne. Das ist er nicht. Das sieht eher nach Karpfen aus. Auf die Kiste verzichte ich jetzt mal. Ein Schab. Na gut. Kein legendärer Fisch. Ich müsste aber hier richtig sein, ne? Ähm. Hm. Nö. Das ist er auch nicht. Das sieht aber nach Karpfen aus. Ist er ja? Nö. Auch keiner. Aber hier gibt es auch so viele Karpfen. Naja. Nochmal. Vielleicht beißt ihr wirklich erst, wenn ich die anderen legendären Fische geangelt habe. Das könnte sein. Ja. Der ist ein bisschen wilder. Aber das ist er nicht. Der wäre noch wilder. Aha. Neuer Rekord. Okay. Ja gut. Dann gebe ich es mal wieder auf hier. Obwohl. Es ist spät. Ich kann heute sowieso nichts mehr tun. Auf jeden Fall habe ich den Catfish. Den. Was war das nochmal? Ähm. Wels. Ja. Grüne Algen. Auf die verzichte ich dann auch. Aber ich meine auf noch mehr grüne Algen. Aber vielleicht kann ich es mal von hier aus. Oder von da. Ja. Weit komme ich nicht. Aber. Na, ist egal. Von der anderen. Vom anderen Ufer aus da. Ist auch irgendwie. Da komme ich auch nicht so weit. Ja. Wie ist denn die grüne Alge? Na nochmal. Ich kriege hier nur grüne Algen. Ja ist doch gut. Ich versuche es nochmal von da aus. Achso. Nur grüne Algen. Ne. Komm. Los. Raum aufs Pferd. Und ab nach Hause. Ich freue mich auf jeden Fall über diesen Wels. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was auf dem Feld machen. Och nö. Schon zwölf Uhr. Dann lassen wir das mal. Okay. Da kann ich noch ein bisschen was ernten. Das machen wir alles morgen. So. Es ist spät. Oh, da habe ich was eingesammelt. Okay. So. Ach, das hier. Okay. Wo auch immer das herkommt. Ich verkaufe es jetzt einfach mal. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das da und das da auch. So. Nehme ich das da nochmal mit. So. Und dann gehe ich mal ins Bett. So. Wer hat als nächstes Geburtstag? Ähm. Hayley. Am 14. Am Sonntag. Ende der Woche erst. Na gut. So. Und ab ins Bett. 61 bringt das. Okay. Ja. Gut.